Hallo VfL-Fans, ich bin die Sarah Agres, Nummer 3, Innenverteidigerin. Ich denke, dass Wolfsburg einer der besten Vereine in Europa ist und dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Deswegen denke ich, dass das der richtige Schritt für mich ist. Ich denke, ich bin sehr ruhig am Ball. Ich bin aber auch zweikampfstark und schnell und denke, ich kann das Spiel sehr gut lesen. Ich bin sehr emotional, sehr entspannt, gechillter Typ würde ich sagen und mit mir kann man viel Spaß haben. Aber sonst bin ich sehr Familie, also Familiotyp. Ich will immer gewinnen, jedes Spiel spiele ich dafür, dass ich gewinne und ich denke, dass die Mentalität in Wolfsburg auch genauso ist. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft zusammenarbeiten, wir uns gegenseitig unterstützen und für das gemeinsame Ziel arbeiten. Tatsächlich motiviert mich sehr viel meine Familie und ich weiß, wofür ich Fußball spiele, damit ich meine persönlichen Ziele erreiche und Titel gewinne. Was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben ist meine Familie und dass ich mir einfach selbst treu bleibe. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen kann, dass ich meine Leistung bringe und mit Wolfsburg will ich auch ein oder andere Titel gewinnen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.